Wir sind einfach hier in Whistler angekommen, ganz einfach. In Vancouver gestartet mit einem Truck Camper von Fraserway. Und den will ich euch heute mal zeigen. Ganz tolles Fahrzeug insofern, als dass wir bei dem Truck Camper super Sitze haben, die elektrisch hin und her bewegt werden können. Also genau wie wir das in den meisten Fahrzeugen in Deutschland kennen. Dieses Fahrzeug verfügt über Speed Control, Radio natürlich, kann man laut und leise machen. Ganz tolle Sache. Und wir haben in diesem Fahrzeug tatsächlich ein Navigationssystem. Es ist ein Dieselfahrzeug und soviel ich jetzt von diversen Kunden gehört habe, mit einem Verbrauch von circa 14, 15 Liter. Also das ist wirklich für einen Camper extrem günstig. Dieses Fahrzeug verfügt über Stauraum im Außenbereich. Hier haben wir was ganz wichtig. Wenn man mal schräg steht, hier haben wir jetzt geraden Platz. Aber wenn man mal schräg steht, kann man das durch diese Unterlegkeile ausgleichen. Sehr schöne Sache. Und was wir auch haben, einen schönen Sitz. Denn dann kann man sich hier hinsetzen, das Fahrzeug angucken und genießen. Wir haben bei dem Truck Camper genau wie bei den Wohnmobilen eine Toilette, die hierdurch entsorgt werden kann. Der Schlauch ist hier hinten drin in der Stoßstange, wird angeschlossen und da ist der Ablauf. Super Sache. Dann haben wir ein Elektrokabel. Mit dem Elektrokabel gehen wir von hier direkt an den Anschluss. Und dann, ganz toll, schöne Treppe und natürlich, damit man nicht runterfällt, einen Handgriff. Die Tür machen wir auf und das Besondere an diesem Fahrzeug, dieser Truck Camper ist wirklich auch vom Innenraum her sehr groß, ist, dass wir hier einen Slide-Out haben. Und den Slide-Out können wir ganz einfach durch einen kleinen Knopf betätigen und ausfahren. Und dadurch wird der Innenraum extrem viel größer. Und schon ist er am Anschlag. So, und dann können wir auch schon mal reingehen. Von Fraser-V werden natürlich alle möglichen Dinge mitgeliefert, die zum Beispiel Becken. Das Fahrzeug ist insofern super geeignet für zwei, ja, ich würde zwei Erwachsene und ein Kind geht wunderbar. Denn das Besondere hier ist, dass wir ein Bankbett haben. Mit dem Bankbett können wir ein Bett für einen Jugendlichen machen, beziehungsweise einen kleinen Menschen. Also nicht nur Jugendlichen natürlich, sondern egal, wer da drauf schlafen kann. Ein sehr stabiles Bankbett. Auch das ist nicht normal. Die Fahrzeuge haben oft Betten, die vielleicht nicht ganz so fest sind. Aber dieses Bett ist wirklich ganz toll geeignet. Auch besonders, wenn man ein Kleinkind dabei hat. Man hakt hier einfach so ein Netz ein, damit nachts durch die Bewegung, die natürlich automatisch stattfindet, man nicht raushält. Also, das ist eine Neuerung von Fraser-V, die extrem gut ankommt. Dieses Fahrzeug verfügt, wie die Wohnung, über den Gasherd, den man, der über Propan läuft und den man ganz leicht entzünden kann. Wir haben einen Backofen hier. Wunderbar. Wir haben natürlich sämtliches Zeug, was man so braucht, um am Campground zu kochen. Dann haben wir Schraubenzieher. Wir haben einen Anzünder, falls wir mal ein Feuer machen wollen. Wir haben eine Schere. Wir haben alles da. Hier ein Sieb. Und hier oben haben wir ganz viele Sachen, wie das Geschirr. Man hört es klappern. Es ist wirklich alles für alles gesorgt. Und hier haben wir, und das ist auch sehr praktisch in diesem Fahrzeug, wir haben zwei Becken, in denen wir abwaschen können. Das Wasser läuft entweder über diese Wasserpumpe hier unten, oder wenn wir den Wasseranschluss nutzen bzw. den Elektroanschluss nutzen, läuft es auch ganz normal über den Elektroanschluss. Dann braucht man den Schalter nicht aktivieren. Hier haben wir eine sehr schöne Nasszelle. Wir haben eine Dusche, wir haben ein Waschbecken und wir haben eine Toilette. Für diese Fahrzeuggröße wirklich absoluter Luxus. Und hier gegenüber, gleich gegenüber, ein Tiefkühlfach und einen sehr großen Kühlschrank, aus dem auch leicht mal was rausfangen kann. Das ist der Kühlschrank. Und dann natürlich Stauraum ohne Ende. Wir haben hier direkt neben dem Kühlschrank einen Stauraum. Und hier hinten, wenn ihr mal hier mit durchkommt, hier stehen schon Koffer, die heute noch eingeräumt werden. Hier haben wir einen schönen Schrank mit Bügeln. Da kann man was aufhängen. Und natürlich auch hier hinten. Also das ist wirklich großzügig gemacht. Und alles Stauraum. Also soll man nicht sagen, dass man das, was man mitgebracht hat, nicht verstauen kann. Hier bei diesem Truck Camper ist das wirklich super gemacht. Empfehlen würde ich allerdings tatsächlich weiche Koffer, wenn man zum Beispiel auf die Einwegmiete geht. Dann muss man die Koffer ja mitnehmen, um das Fahrzeug dann in zum Beispiel Calgary abzugeben, wenn man einen Benkrupp übernommen hat, wie wir das gemacht haben. Dann ist es angenehm, wenn man einen weichen Koffer hat, den man draußen in einem der Fächer platzsparend verstauen kann. Und dann haben wir hier oben eine Riesenluke. Das muss ich ehrlich sagen, sehe ich auch das erste Mal. Aber das ist wirklich ein tolles Ding. Fenster hier auf der rechten Seite zum rausblicken. Ja, ich meine, ich habe alles gezeigt. Eine Sache ist noch ganz wichtig. Wir sind ja hier in einem Truck Camper. Das heißt, wir haben den Truck und der Wohnteil, also dieses Ding, wo ich mich hier gerade befinde, ist oben drauf gesetzt worden. Der ist ganz fest verankert und kann während der Miete nicht abgenommen werden. Das macht man ganz besonders deshalb, weil diese feste Verankerung dazu führt, dass es auch eine gewisse Stabilität hat. Und außerdem müsste man dann Ständer haben, auf die dieses Wohnteil gestellt wird und damit man mit dem Truck drunter rausfährt. Aber das ist viel zu aufwendig, dauert viel zu lange. Sollte man nicht machen. Fällt mir noch ein, hier ist übrigens auch noch Stauraum. Für Schuhe zum Beispiel. Und hier kann man auch noch was reinpacken. Also den Staumöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt kommt noch der Clou. Wir haben natürlich hier auch sehr starken Sonnenschein in British Columbia. Und dafür gibt es, um den Sonnenschein, um die Wärme an ganz heißen Tagen fernzuhalten, eine Markise, die wir ausfahren können. Die Markise eignet sich auch besonders gut, wenn es mal regnen sollte. Das passiert selten. Aber wenn es mal regnet, hat man natürlich einen Regenschutz und schon hat man das Fahrzeug um ein kleines Dach verlängert. Ich finde das schon ziemlich ideal. Und ganz einfach, nur durch einen Knopf, den man drückt, haben wir hier eine Markise ausgefangen. Ja, und zu entdecken gibt es andauernd was. Also hier gibt es zum Beispiel auch noch einen Stauraum. Man kann diese Stufe abnehmen und darunter gibt es auch noch Stauraum. Also genial gemacht. Man hat dieses Fahrzeug immer weiterentwickelt, jedes Jahr weiterentwickelt und jedes Jahr entdecken wir neue Ecken. Hier kann man zum Beispiel Angeln reintun. Das wird von vielen Freunden so gemacht, dass sie sich da ihre Angeln verstauen. So, aber ich glaube, damit haben wir das ganz gut abgedeckt. Wir freuen uns extrem auf unsere Fahrt. Wir sind heute am ersten Tag und haben uns sehr gefreut, diese Fahrzeuge übernehmen zu dürfen. Denn für mich ist das Schlafen im Alkofen, wo ich eben gerade gelegen habe, absolut mega. Hatte angehtlaughs? Das war's das gleiche ist. Du viel предыlegst für these effects. Ich bin heute hier.